das kieber an die den beiden was sie nicht mehr er hat 50 und gewicht hat das auch nicht viel nehmen wir das mal mit oh oh habe ich dem typ nicht geholfen tiefgefroren was war das Mist ich wollte denen zuhören ist mich ja wieder nicht gut die Silberheizkette nicht oh shit pf pf Ach, wäre ich nicht so weit nach vorne gegangen Was ich wohl mit diesen Ski-Schwänzen machen kann Das frage ich mich hier Mal nehmen wir den Eisenschild Leer Holzfällerachs nehme ich mal mit Schlafen Kann ja auch ausruhen Bringt das auch was? Klack Gold Eisenstiefel Nehme ich auch mal mit Die was bringen Elf Kaiserliche Stiefel Elf Gewicht 8 Äh, dann ziehen wir den hier an Die haben nur ein Gewicht von 6 Ist ja dann wohl ein bisschen drüber Dann gehe ich mal pennen Äh, pennen Schlafen Für eine Stunde Und jetzt Eine Stunde vorbei Und ich lebe noch Du warst auf und fühlst dich ausgeruht Schön Jagdbogen Jagdbogen Oh Nehmen wir Nehmen wir auch mit Nehmen wir auch mit Okay Da ist nix Ich bin mal so unfrafroren und klaue den Toten Viele Sachen Ist ja leer Auch leer Oh mein Gott Hallo 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 Was war das? Oder soll ich erst hier hoch gehen? Hier geht's nicht weiter Ne Hier Hier ist wieder eins von diesen Kötern Oder Katze Und Katze Maus Tiergruppe Irgendwas Hä Ist sogar so ein Lager Ich dachte das wäre ein Tempel Mein Lieber Zaubertrank nehmen wir Leintuch Nehmen wir Nehmen wir alles mit Ich nehme alles mit Was ich kriegen kann Voller Grabräuber hier Ha Oh gleich sprengt mich was von der Seite an Wie geht's noch weiter? Alter Ach du scheiße Ja Fackel Nehmen wir mit Felsrüstung Okay Also er hat das Ding bewegt Und dann ist er krepiert Aha Ein Rätsel Uh Rätsel gibt's in dem Game auch noch Schlange Schlange Fisch Würde ich mal tippen oder? So Schlange Schlange Fisch Oder war Also da war eine Schlange Da ist eine Schlange Was ist das? Wäre der da weggebrochen? Also würde ich das mal so tippen So ich hab hier oben was gesehen Das wollte ich jetzt alles nochmal mitnehmen Äh ja Hüppe So und falls das doch nicht passt Würde ich gerne mein Schild mitnehmen Okay Wechseln auf Funken Hier geht's runter So So Dass mir keiner folgen kann Erstmal Uh Ein Seelenstein Fühlt der wohl gut Gibt's nix Truhe Auch damit Amethyst Oh Sehr wertvoll Nehmer Gold Nehmer Winziger Seelenstein Gefüllt mit armseliger Seele Unsichtbarkeit für 20 Sekunden Was ist das denn? Ausdauer Und links Gut 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 Lesen Dieb Taschendiebstahl verbessert auf 16 Dieb Von Reben Anmerkung des Herausgebers Falls der Leser noch nicht das Vergnügen hatte Den ersten Wanten Bettler In dieser Reihe über das Leben von Eslav Ero zu lesen Sollte er dieses Buch sofort wieder zukommen Denn ich werde mich nicht wiederholen So viel werde ich aber verraten Geneigte Leser Als wir Eslav zuletzt begegneten War er ein Waisenknabe Ein erfolgreiter Bettler Der durch Die wilden winterlichen Wälder Von Himmelsrand lief Weg weg von seinem Zuhause in Eregard Er setzte Seine Flucht mit gelegentlichen Unterbrechungen noch Jahre hervor Bis er zu einem jungen Mann herangewachsen war Eslav La 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 Oh Mann Das sind echt Alter Wir müssten ja Einen einstellen Nur um dieses blöde Buch Irgendeine ganzen Bücher hier zu schreiben Ey Das ist ja Wahnsinn Das ist ja Wahnsinn Sag ich euch Das ist ja Wahnsinn Wahnsinn So jetzt mal Oh fuck Leichter Schutz Hi G'stirb Scheiß Rattenviech Das sind Rattenviecher Hä Steck die Scheiße so nicht ein Alles Hallo Was haben wir denn hier Rolle des Feuerballs Leinetuch Schwache Gift der Lehmung Nehmen wir auch noch mit Was haben wir denn hier noch Schutzgeld Zaubertrank Dagegen Auszahlen Zombie erwecken Na Okay Bekleidung Eisenschild Okay Waffen Jagdbogen Sechs Also den zu Favoriten Und den davon weg Dann haben wir Zaubertränke Mal sehen wie ich das mit den Tränken machen kann Schriftrollen Rolle des Feuerballs Ein Feuerexplosion Die Reis von 5 Meter 50 Schaden Bebremdzehnung Schaden Warte Herr Habe ich das jetzt nur einmal eingesetzt Nein Mist Ist ja nach dem Alphabet Sortiert Merke ich gerade Vergiften Ah Man kann die Waffen Damit vergiften Ja Aha Kaiserlich ist schwer Da Vergiftet Hammer Dann kann man wahrscheinlich auch Kann man auch Pfeile vergiften Und andere Sachen Würde ich mal tippen Drachenhaut Kräfte Auch zu Favoriten Wiederherstellung Erhüllt den Rüstungswert Und absolviert Bis zu fütig Wo ist denn jetzt Drachenhaut Würde ich mal gucken Wie das aussieht Z Ich bin ja nicht bei Z Da Drachenhaut Äh Äh Hä? Irgendwie Irgendwie kann ich Drachenhaut Nicht so Ist das dann immer aktiv Wahrscheinlich Ich bin hier Heile Jagdbogen Leichter Schutz Ich bin hier Vielen Dank.